Mein Name ist Markus Günzel und ich bin Sänger an der Staatsoperette Dresden. Die Drei-Groschen-Oper In der Drei-Groschen-Oper geht es um einen sehr charmanten, gut aussehenden Dieb, nämlich Mac Keith und seine Bande und den Widersacher von Mac Keith, der zeitgleich auch sein Schwiegervater ist, der Bettlerkönig Pichim. Dummerweise ist Mac Keith in die Tochter von Pichim verliebt, dass das kein gutes Ende nehmen kann, ist vorprogrammiert. Wie der Haifisch klingt, das weiß ja jeder. Und der Rest klingt so. In einer Zeit, die jetzt vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Ihr Herrn, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Mistetat vermeiden kann. Ach, Brüder, lasst euch uns zur Warnung sein und bittet Gott, er möge uns verzeihen.